jo leute herzlich willkommen auf unserem kanal und heute gibt es mal wieder ein kleines Clash Royale Video und ja heute werde ich eine Magical Chest öffnen und ja egal heute spiele ich einfach random wieder mal Clash Royale und weil wie langweilig ist ja er soll jetzt was setzen Mann ich weck mich jetzt ist was danke so soll jetzt noch etwas setzen ja perfekt dann setze ich einfach schnell Baby Dragon wenn ich cool bin dann mach das und ok ok dann setze ich da das und dann mache ich so perfekt egal sorry dass ich jetzt nichts sage aber ich muss mich die ganze Zeit so konzentrieren dass ich jetzt nichts falsches setze so ja perfekt jetzt kommt der mit die Ritter und so dann setze ich das und Mini Packer und zum Spaß einfach Schweine weiter so 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 jetzt muss ich einmal 3 zu 0 gewinnen neun acht sieben sechs fünf vier drei zwei ja perfekt so gutes Spiel so so jetzt muss ich einmal 3 zu 0 gewinnen oder 3 zu 0 gewinnen oder 3 1 ist ja egal schreibt ihr mal äh unter diesem Video in die Kommentare welches Deck ich nehmen soll und als nächstes beim nächsten Video von Clash Royale ähm werde ich auch ein Deck nehmen von euch und ja jetzt dann mach ich so und so und so so jetzt darf er nix setzen weil sonst ok ja ist nicht mehr so schlecht scheiße scheiße ja das passt schon so ok ähm ich mache jetzt so ist ja egal ist er halt vorne scheiße scheiße ok nee der hat jetzt schon wieder Walküre und Baban will er mich verarschen fi 아이� neiii he 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 leck mich so hhh ok ich warte jetzt bis das ich die leiste unten voll habe zehn elixierhafen geht dann halt eben nicht der leck mich es soll auf den riesen gehen nicht auf die kleine na ja egal mache ich noch mal baby dragon dann mache ich so warum habe ich da keine verkürze willst du mich verarschen ja man ja perfekt gutes spiel jetzt mache ich kronentruhe auf seid ihr bereit egal jetzt einfach auf erst mal 332 gold naja geht zwei wählen eine bogenschützen naja fünf mal der knall ja geht ja nicht so gut und 36 mal der feuergeister alles klar ja das ist schon nice so jetzt mache ich eine gratis truhe auf 55 gold 6 lakaienhorde einmal der schweinereiter so ja ok ich mache jetzt noch ein kein match ich mache das auf 45 gold 6 mal der knall einmal der barban hütte ja ist nice so jetzt 409 gold drei skelette sechs mal die barban 13 mal tesla 24 mal kobolde ein riesenskelett hier ist nicht schlecht x bogen ja ja endlich hatte ich noch nicht und das war eine arena vierer truhe und ja ja eigentlich war es ganz nice was ich bekommen habe nicht schlecht also ja ich muss sagen es war schon etwas gut und ja kein jetzt einfach mal weiter so ja eigentlich freut mich das ist dass ich das bekommen habe ja aber ich hätte ein da war und auch bekommen können aber ja das wollte ich jetzt habe ich die valcure vergessen leck mich doch am arsch so dann setze ich noch den schweinerreiter nach so magier wird jetzt geknallt ok eigentlich wollte ich dann nicht aber ja ist ja egal zu spät so es war klar dass er wieder barban setzt war so klar kein horre das war so klar wie da egal ich warte jetzt einfach mal bis ich zehn elixier habe dann rasiere ich mit shampoo es war wieder mal so klar dass es deswegen mache ich so und so so perfekt dann setze ich hier noch ein schweinerreiter nach da geht es so vorbei so 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 ja ja ok puh baby dragon da kein horre mini pecker hm egal oh no oh no oh no oh oh scheiße leck mich dann mache ich so schnell 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 ähm 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 sepp dann so man da will mich doch verarschen ach das ach ja wahrscheinlich und jetzt setzt tausend prozent in wut sauber nicht ja so gefällt mir das ja perfekt ja jetzt hat er den kampf verlassen lusche ja habe ich wieder mal gewonnen und ja dann glaube ich war es eigentlich schon mit dem video falls es euch gefallen hat lasst doch ein like da und ja sehen wir uns einfach beim nächsten mal wieder und tschau tschau